Ein herz erfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Cities Skylines. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, ihr wieder am Start seid, kann man ja quasi sagen. Wir sind im Jahr 2042 sogar schon. Halleluja, das geht schnell voran. Lasst uns aber noch mal kurz gucken, was für Rohstoffe hier sind. Ist das auch Erz? Tatsächlich, das ist auch noch Erz. Ja, dann lasst doch hier einfach noch mal eine Straße langführen, die auch Erzgebiet hier mit verbindet. Weil wir haben, wie man unschwer erkennen kann eigentlich, wieder ein kleines Industrieproblem. Und ich weiß nicht, warum man das immer wieder hat bei Cities Skylines. Industriegebiete sind scheinbar schwer zu bauen. Oder so. Müssen auf jeden Fall immer gebaut werden. So fühlt es sich zumindest an. 90 Grad muss das sein. Dann bauen wir hier noch mal so ein bisschen drumherum. So. Jawoll. Und noch ein bisschen... Ah, guck mal hier, wir hatten ja das Wasser. Ah. Da, schau an. Dann lasst euch hier mal so ein bisschen... ...bisschen Wasser hin... ...hin dingsen. Vielleicht auch hier so. Natürlich hier durch. Und das Ganze verbinden. Wenn jetzt das Wasser da langläuft. Oh, ich hab's nicht verbunden. Dann verbinden wir das hier. Und jetzt kommt das Wasser. Hoffentlich. Wunderbar. Was ist jetzt euer Problem? Das Wasserproblem? Kommt da nicht genug Wasser an hier bei euch? Geht auch eigentlich... So ein paar Wellen sind da noch. Aber es läuft doch. Eigentlich läuft's. Eigentlich. Ähm. Industriegebiet. Das war das, was wir wollten. Und wir müssen das Ganze nochmal hier als... ...als Erzgebiet vergrößern. Verlängern. So, hier wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann können wir den Berg mitnehmen. Das kostet Spaß. Nix. Und wir bekommen noch eine... Oh, das schlecht. Kommt noch eine... ...ne schöne... ...schöne Erzgebiet. Ecke Industriegebiet mehr. Jetzt ist hier Erzgebiet. Dann können wir hier gut was... ...gut was bauen. Ja, so viel wollte ich hier eigentlich nicht machen. Da wollte ich lieber hier so... Na komm, so. Und dann hier alles... Also hier drüben geht alles voll. ...und hier auch. Dann... ...lass die Industrie doch mal... ...flurieren. Hoffentlich zumindest. Die wollen ja Industriegebiet. Dann muss das ja wohl auch irgendwie... ...bebaut werden. Strom läuft ja hier durch. Dann müsste das alles klappen. Komm, ihr wollt doch Industriegebiet haben. Kann das aber nicht so schwer sein. Wie sieht es aus mit Läden? Hier drüben hatten wir noch ein paar Läden, ne? Haben wir extra neues Gebiet gebaut, gell? Ja, guck mal, wurde auch direkt... ...direkt gut angenommen, das hier. Shopping am Berg. Ich entschuldige mich nochmal an dieser Stelle, dass gestern keine Folge kam. Die kommt dann heute. Und heute kommt dann auch noch Overwatch. Ich hab's einfach... ...einfach nicht mehr geschafft. Kam von der Arbeit. Und dann wollen wir noch einkaufen und so ein Kram. Die Standardsachen halt. Was man alles so machen muss. Ich kann mir noch ein paar Läden hinstellen, oder? Passiert ja nix. Dann machen wir nochmal ein Parken verboten Ding hin. Ne, warte mal, das laufen wir hier. Das soll hier verboten werden. Auf der Hauptstraße finde ich Parken eher... ...ehr uncool. Ah, hier ist alles... ...alles klar. Nochmal auch das Parken hier weg. Hier geht's eigentlich wieder. Weil hier soll's verboten sein. Das passt. Das passt. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Dann können wir das wieder schließen. Ach, das war hier, ne? So. Und jetzt wird hier wieder Erz abgebucht. Nice, nice, nice. Wie sieht's aus mit Feuerwehr? Die kommt auf jeden Fall hier an. Krankenhaus eher nicht so. Bauen wir doch hier mal lieber noch so ein Krankenhaus rein. Die das Ganze noch so ein bisschen abdecken können. Polizei? Auch eher nicht so. Machen wir auch nochmal eine kleine Polizeiwache hier hin. Die kümmern sich dann automatisch darum, ne? Ist halt auch nicht so schlecht. Und was ich auch nochmal machen wollte, ist tatsächlich hier so ein Polizeihubschrauber hinstellen. Die sind glaube ich gar nicht so schlecht. Aha. Da wird direkt losgeflogen. Was ist denn da los? Wo wollen die hin? Ist hier hinten etwa ein Überfall? Oder was? Ach, die begutachten das alles, oder was? Aus der Luft? Schlecht wäre das nicht, ne? Patrouillieren über der Stadt. Melden Verbrechen an Bodenfahrzeuge. Patrouillieren, sinken die. Okay. Die fliegen jetzt hier durch die Gegend. Wir haben auf jeden Fall viele Hubschrauber mittlerweile. Und hier haben wir noch Platz für Industrie. Hier haben wir da schöne Wohngebiete. Das ist doch nicht schlecht. Kann man doch, kann man gut anbieten so. Das, weil da Grünstreifen sind. Es läuft mittlerweile. Hier könnten wir jetzt auch nochmal was bauen. Oder wir verlangen das Ganze nach hier oben. Wie ich es eigentlich auch vorhatte. Sieht aus hier mit unserem Park. Der läuft auch. Das läuft bei unserem Park so. Was ich auch noch machen wollte. Ja. Das muss natürlich ein bisschen weiter raus, ne? Und weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ich möchte noch ein Naturschutzgebiet bauen. Ja, da muss man zu weit fahren. Das muss hier irgendwie an der Hauptstraße lang sein. Oh. Guckt euch das mal an. Wo willst du hin? Willst du in die andere Richtung? Ja. Das wollen viele. Das wollen viele. Ich finde allerdings, dass diese Straße nur hier rüber gehen soll. Soweit mein Plan zumindest. Dann brauchen die hier gar nicht... Die Polizei würde da gerne durchkommen. Kann aber nicht. Weil keiner zur Seite fährt. Die müssen auch im Stau stehen. Dass die Polizisten im Stau stehen müssen. The sound of the police. Woop woop. Jetzt geht es lossless. Wenn der Bus hinter dem anderen Bus fährt und dann jetzt die Police. krasser krasses verbrechen hier fahren die hin obwohl so ein verbrechen ist die stehen ja alle an der ampel die haben doch blaulicht an es ist halt blöd dass so viele autos von derselben vom selben typ halt hintereinander herfahren das könnte man glaube ich noch ein bisschen besser regeln so viele menschen die sterben oder ausziehen und kommen die her und wo wollen die hin und jetzt so 69.000 leute waren schon im zoo der hat auch spaß gemacht zu bauen wie viele benutzen hier diesen nebeneingang kann man glaube ich gar nicht sagen weil der haupteingang wird auch gut benutzt ein naturschutzgebiet wo baut man sowas am besten nicht hier hinten gut hinpassen würde das hier hinten auf die seite auf diese insel wenn mir das hier hinten noch gehören würde dann könnte ich darauf einfach gut was hinbauen aber so eher nicht so jetzt gebrannt sind das für krasse das waren diese krassen bäume die sehen so aus wenn die verbrannt sind das ist ganz schön heftig so lasst uns doch noch mal gucken wo wir hier die straße verbessern können kommt auf jeden fall von hier könnte hier locker leicht noch mal durchführen als hauptstraße und dann gibt's hier so so eine schicke straße und das machen wir dann 30 breit schicken hier zurück und schicken auch eigentlich hier so zurück sehr gut dann müssen wir hier noch mal wasser hinlegen wasser ist wichtig leute auch in cities und jetzt das wasser da bing 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 hier ist noch so ein kleines ding das könnte uns noch zu verhängnis werden später darum das lieber jetzt schon mal bauen wunderbar wir brauchen ein paar shops wir brauchen ein paar ein paar hochhäuser das auf jeden fall so mein plan bauen wir hier die shops hin und hier noch mal ein paar hochhäuser so ungefähr ja komm dann lass hier die eine reihe noch mal mitmachen ich sag mal so das geht ja leider nicht dann machen wir nur so strom habt ihr nicht hier hinten ist strom müsst ihr euch langsam verbinden dann passt das und passt es schon nicht es passt noch nicht kommen wir wollen doch hier auch noch ein haus entstellen und hier in die breite sondern ihr wollt lieber hier in die straße noch jede wette da wollt ihr eigentlich auch noch eins hin haben ziehen die hier ja ist ein bisschen blöd kommen wir das ding mal weg warte 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 wenn wir das jetzt durchziehen können wir dann hier ganz gerade geht nicht dann machen wir das halt schräg dann müssen wir das halt schräg machen und hier an die seiten können wir ruhig bürogebäude machen da spricht eigentlich nichts gegen ihr habt immer noch kein strom mein gott komm das wird ja wohl nicht so schwierig sein hier noch irgendwas hin oder hier hauptsache der strom verbindet sich hier jetzt nicht in die richtung in die hier kommt schon ja die richtung die richtung passt schon da können auf jeden fall noch shops hin endlich endlich wird der strom verbraucht was ist das hier nochmal wie viel benutzt das verschmutzung 0 erzeugt mittels der temperaturschwankungen im wasser elektrizität platzieren sie das an die küste das ist gar nicht mal so blöd das muss an der straße sein also wasser ist jetzt echt nicht so das größte problem das kriegen wir so hin wasser passt jetzt eine straße fehlt halt noch bauen wir halt eine straße noch hin ist das besser wenn ihr jetzt eine straße habt wieso auch immer dann lass mal hier so eine so eine etwas geschwungene straße hinbauen fahren wir das hinten auch nochmal lang ist vielleicht gar nicht so blöd das so zu machen so halt und so passt das auch so haben wir auf jeden fall strom hierbei und das erzeugt jetzt tatsächlich 480 megawatt würde immer besser gehen zwischendurch hoffen wir mal dass es passt jetzt könnt ihr auf jeden fall hier lang fahren wie auch immer oder wieso auch immer muss es ja eigentlich sein wie schaut sie aus gut schauts aus ich sag mal eine kleine polizeistation oder halt ein polizei hauptquartier ne dann eine kleine polizeistation Feuerwehr würde hier hinten auch noch gut hin passen bauen wir auch mal an die hauptstraße hier hinten die anderen natürlich noch keinen strom ich weiß und kranken dings hier das geht auch hin eine schule vielleicht noch so eine grundschule ist glaube ich nicht schlecht und eine oberschule geht eigentlich auch noch für klar brauchen wir alles hier vorne hin Strom haben die jetzt auch so ich möchte das gerne gerade haben dann machen wir das so und dann hauen wir das mal weiter geradeaus und dann können wir die hier direkt ran bauen und das direkt wieder löschchen dann können wir das wasser hier hinten hin ja wunderbar und dann möchte ich gerne hier den weg nochmal fertig bauen auch hier kann man rüber gehen auch hier kann man rüber gehen und hier hätte ich gerne noch ein paar kleine Läden und das wird alles ein extra gebiet wenn das nicht noch größer wird hier gibt es nochmal Richtlinien und zwar gibt es hier hochhausverbot dann wird das nicht auf die höchste stufe geupgradet das ist genau das was wir wollen wir haben auch so viele Dinger verloren hier die ganze Zeit die ganze Aufnahme verlieren wir Bürger das erklärt halt auch warum ne die Feuerwehr ist doch hier warum funktioniert das nicht warum muss denn der ganze Wald brennen hier das ganze Ding das ist tragisch dass das gebrannt hat und das hier ist auch tragisch dass hier die Leute nicht hinkommen warum nicht fahren so viele mit der U-Bahn hier kann aber nicht so schwer sein so jetzt fliegen hier die ersten Sachen wieder rüber und begutachten den ganzen Kram so dass wir es gleich wieder aufbauen können minus 109 Leute alles wieder aufbauen was geht je schneller je besser kann da kann der Park sein die gehen jetzt hin ja es ist abgebrannt ja ok dann lass uns wieder los zwei fehlen glaube ich noch das Ding hier hinten und der Pavillon weil der Pavillon ist fertig und das hier hinten passt auch ah nice dann fehlen nur noch die die Bäume oh hier hat es auch gebrannt krasse Story Leute keine Wunder wir hatten so viele aber da hat es nicht so doll gebrannt wie hier das hier ist richtig schwarz und hier hinten sind die Häuser langsam nicht genügend Arbeiter so Bevölkerung haben wir genug aber nicht genügend Arbeiter wie kann das denn sein vielleicht würde eine U-Bahn helfen da hat noch keiner drüber nachgedacht hier hinten passt auch eine U-Bahn gut rein dann lasst es uns da auch nochmal hier so ein bisschen ein bisschen geschwungener machen und schon können wir hier nochmal eine kleine U-Bahn Fahrt machen und die Linie ist fertig und Linie 5 wird dann so ein bisschen gelb die machen das vielleicht gar nicht schlecht die U-Bahn dann können hier Leute gleich direkt in die U-Bahn gehen und können zur Arbeit fahren die müssen halt ein paar mal umsteigen glaube ich wenn die da oben hin wollen deswegen würde hier hinten so ein Wohngebiet glaube ich nicht schlecht sein also ich sag mal wenn hier wenn hier Wohnungen wären wäre das ganze glaube ich ein bisschen bisschen besser tatsächlich für unsere Stadt so zum Beispiel ist Wasser schon hier drüben? natürlich nicht Zählt das? Ja ok das zählt Mh man muss halt auch immer Läden bauen das ist so ein bisschen blöd dann bauen wir hier mal kleine Einfamilienhäuser wir brauchen ja die Wohnung das Wohngebiet von daher passt das ja vielleicht kommen die ja dann hier hin oh guck mal der Strom das verbindet sich gleich mit dem Strom das ist dann sehr gut das sind die Läden zumindest die das machen das sieht ein bisschen blöd aus aber gut wenn es für die Läden reicht ne jetzt weiß ich warum es für die Läden reicht und für das hier hinten nicht euch fehlen natürlich euch fehlen natürlich schöne Parks da würde ja vielleicht so ein kleiner chinesischer japanischer Garten hier ganz gut tun oder einfach nur einen Platz mit Bäumen vertikaler Bauernhof Parkpflegegebäude ist ein bisschen blöd Parkpflegegebäude ist ein bisschen blöd was soll das? jetzt habe ich da so ein Pavillon hier gebaut weg Naturschutzgebiete das sind das ist das was fehlt Zeltplatz das machen wir auch noch so ein Naturschutzgebiet so viel kann ich euch schon mal verraten und hier in das Gebiet gibt es dann gratis für alle Leute einen Basketballplatz weil die sind gar nicht so schlecht Basketballplätze gehen fast 1000 Leute auf die Oberschule das musst du auch erstmal schaffen und der Platz der macht das dass das hier alles so ein bisschen ein bisschen entspannter ein bisschen schöner ist und euch fehlen Arbeiter wie kann das denn sein? ich frage mich immer wie das passieren kann Tempelkomplex oder Pandaschutzzentrum Startgebiet sind alles gar nicht so die schlechten Sachen Krankenhausplatz oh guck mal da was ist das denn? bist du voll? dann entlehre dich mal der ist leer dann kommt hier ein neuer Friedhof den einen haben wir dann oh den einen haben wir leer gemacht dann müssen wir den anderen jetzt voll machen guck mal hier der Krankenhausplatz der kann doch gut hier hinten sein dann fahren wir hier nochmal mit der Straße ein bisschen rein kannst du auch runter gehen kannst du auch runter gehen so zum Beispiel und dann bauen wir hier den den Krankenhausplatz rein und der Platz der Toten wobei das ist halt hart hart verschwendet der Platz dafür passt hier auf jeden Fall der Shoppingplatz hin das finden die glaube ich auch gar nicht so schlecht der macht sich gut da oben drin und hier der Krankenhausplatz es ist halt leider sehr hart gedingst dir du auf dieselbe Höhe wie das hier wie geht denn das? du auf dieselbe Höhe wie das ich würde halt sagen es muss so hier sein wenn das ganz gerade sein soll so gerade wie möglich halt aber da muss das auf jeden Fall noch eine kleine Runde runter oder so vielleicht das sieht doch gar nicht so schlecht aus gut Freunde dann haben wir den Platz der Toten auf jeden Fall nicht den Platz der Toten den Platz Krankenhausplatz hier gemacht ich freue mich darüber dass wir das gemacht haben ich freue mich über die neuen Gebiete die wir erschlossen haben hier hinten ist ein Müllproblem und ein Arbeiterproblem wir arbeiten dran neues Erzgebiet ja wir kommen voran vielen Dank fürs Zusehen Daumen nach oben da lassen wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns bis dahin haut erstmal rein